Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. In Schwerin und in Bonn wechselseitig die Verantwortung für die Eskalation der Gewalt zu. Im Mittelpunkt der Kritik steht der Einsatz der Polizei, unter deren Augen Rechtsextremisten das zentrale Asylbewerberheim in Brand setzen konnten. Der Tag danach, zerstörte Wohnungen, die ersten Aufräumarbeiten sind gelaufen. Die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber in Mecklenburg-Vorpommern ist nun unbewohnbar. Ruhe haben die rund 1300 Polizisten und Bundesgrenzschützer. Vorerst, denn heute Nacht soll es genau wie gestern wieder losgehen. Im Ostseestadion spielt Hansa Rostock gegen Braunschweig. Danach, so die Befürchtung, kommen die Raudis. Ein Augenzeug über die Ereignisse der Nacht. Die Urandale und die haben uns hier durchs Haus gejagt, bis aufs Dach des Hauses 18. Dann sind wir geflüchtet ins Haus 15 oder 14. Rauchbomben hat man nach uns geworfen. Man hat also wirklich Lebensangst gehabt, Todesangst gehabt, man meint uns zu ersticken. Rainer Hagens Büro. Alles ist verbrannt. Sein Job war es, sich um die Abwicklung laufender Asylverfahren zu kümmern. Der Aufbauhelfer aus dem Westen, jetzt überlegt er in Rostock aufzugeben. Und noch immer hängt die Luft in den Etagen des Rostocker Plattenbaus voller Rauch. Rund 100 Vietnamesen harten hier in der Nacht aus. Verbarrikadiert, dann kam der Mob. Fluchtartig verließen die Menschen ihre Wohnungen. Die Polizei konnte sie nicht schützen. Auch die Feuerwehr traf zunächst nicht am Ort des Geschehens ein. Anschuldigungen des Ausländerbeauftragten der Hansestadt Rostock. Im Gegensatz zu den letzten Tagen haben sie diesmal die Typen aufs Haus zugetrieben und nicht vom Haus weggetrieben. Und dann hat sich die Polizei völlig zurückgezogen. Ich möchte wissen, wer angeordnet hat, dass die Polizei zurückgeht. Mit den Ereignissen der letzten Tage in Rostock befasst sich der Landtag in Schwerin am Freitag auf einer Sondersitzung. Dabei bahnt sich auch eine Regierungskrise an, nachdem sich der Koalitionspartner FDP, der Kritik an Innenminister Kupfer sowie der Polizei anschloss und personelle Konsequenzen forderte. Ministerpräsident Seite, CDU, stellte sich hinter den unter Beschuss geratenen Innenminister. Zum politischen Streit Thomas Schnell. Spannungsvolle Erwartungen auf der wöchentlichen Landespressekonferenz in Schwerin. Wichtigste Frage, wie wird sich Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister zu den Chaos-Einsätzen seiner Polizei in Rostock äußern. Das Ergebnis. Die Polizeibeamten und viele von ihnen waren da heute Nacht und gestern Nacht selbst vor Ort. Die stehen dort und verteidigen den Rechtsstaat. Und ich erkenne aus ihren Fragestellungen nur die Zielrichtungen, Fehler und Einsatzpunkte zu finden, zu sagen, die Polizei hat und der Innenminister hat und der Polizeidirektor hat. Worte der Erklärung hatte man erwartet. Von dem, der für die Ordnung im Lande eigentlich verantwortlich ist. Doch Lothar Kupfers Antworten machten unzufrieden. Viele Fragen blieben offen. So zum Beispiel die, warum der Innenminister gestern erst gegen 1 Uhr nachts im Lagezentrum der Polizei Rostock eintraf, trotz Straßenkämpfe und Brandanschläge. Schwere Vorwürfe erhob heute auch SPD-Oppositionsführer Harald Ringsdorf gegen den Chef der Rostocker Polizei, Siegfried Kordus. Verteidigung. Kordus hat also nicht geschlafen. Kordus hat ein Hemd gewechselt. Ich habe die Zeiten in etwa genannt. Ich habe die auch nicht aufgeschrieben. Es wäre nachzuvollziehen, wann ich die Dienstgeschäfte übergeben habe, wann ich sie wieder in der Polizeiinspektion aufgenommen habe. Viele ihrer Kollegen haben mich dort ankommen sehen, in einem Streifenwagen. Erste Konsequenzen in Rostock. Die Polizeiführung für den Großansatz heute Abend in der Hansestadt übernimmt Landesinspektionsleiter Heinzen und eine Bürgerinitiative hat heute eine Strafanzeige gegen die Polizei gestellt. Der Staatsanwalt ermittelt. Die ausländerfeindlichen Krawalle werden auch den Bundestags-Innenausschuss beschäftigen. Als Termin ist der Montag im Gespräch. Für die Bonner Koalition rief CDU-CSU-Fraktionschef Schäuble alle Bürger und Organisationen auf, ihren Beitrag für ein friedliches Zusammenleben mit Ausländern zu leisten. Der SPD-Vorsitzende Engholm warnte vor einem heißen Herbst der Ausländerfeindlichkeit. Der Bundesvorstand der Grünen warf den Koalitionsparteien und der SPD vor, mit ihrem so wörtlich unverantwortlichen Gerede über eine Änderung des Asylgrundrechts Hoyerswerda und Rostock möglich gemacht zu haben. Mit Bundeskanzler Kohl sprach in Berlin Renate Büthow. Was wir dort erlebt haben, ist schändlich. Jede Form von Ausländerfeindlichkeit ist schändlich. Wenn Ausländerfeindlichkeit ist mit brutaler Gewalt noch verbündet, ist völlig inakzeptabel. Aber ich wehre mich leidenschaftlich dagegen, dass man sagt, das ist ein Symptom der neuen Länder. Sondern das ist ein Symptom einer Gesellschaft, in der viele, damit verteidige ich gar nichts von dem, was in Rostock passiert ist, daran zweifeln, ob der Staat handlungsfähig ist. Und die, ja ich bin sicher, wenn die demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag, die Fraktionen, die Zeichen der Zeit jetzt endlich gemeinsam erkennen und wir die notwendigen Entscheidungen treffen im Asylrecht, auch mit der Verfassungsänderung, werden wir nicht alle Probleme lösen, aber wir können ein gutes Stück vorankommen. Was in Rostock besonders bedenklich ist, ist, dass viele Menschen dort dabei standen und diese Schandtaten mit angesehen haben und, wie wir ja hören und wissen, sogar mit Applaus begleitet haben. Das zeigt eine Grundeinstellung, die völlig indiskutabel ist. Und deswegen müssen wir gemeinsam gegen eine solche Entwicklung frontmachen. Glauben Sie denn, dass die Landespolitiker die Situation vor Ort in Rostock in Griff haben und hatten? Ich bin ganz sicher nach den ersten Informationen, die ich habe und ich maße mir nicht an, ein Urteil vor Ort abzugeben, dass hier Fehler vorgekommen sind. Das muss untersucht werden und ich finde, das muss man auch ganz offen miteinander besprechen. Die Situation in einer Stadt wie Rostock und in einer Polizeiverwaltung wie in Mecklenburg-Vorpommern ist natürlich mitten in der Umbruchssituation der dortigen Polizei besonders schwierig. Aber wenn ich mich erinnere, so was wir in der alten Bundesapplikation Westdeutschland und PAN erlebt haben, bin ich nicht bereit, das dort abzuschieben. Mehr zu den Krawallen in Rostock bringt der ARD-Brennpunkt direkt im Anschluss an diese Sendung.